Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 564. Wir nehmen tatsächlich mal wieder auf, diesmal auch in größerer Runde. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei, der Marvin. Hallo, hallo, hallo. Der Basti. Gude und Grüße. Und Frau Patricia. Hello. Ja und wir haben ja eine ganze Menge von Spielen, die wir vielleicht besprechen wollen oder zumindest mal kurz anreißen wollen. Weil ich glaube, um jetzt hier nochmal Spiele von vor zwei Wochen zu besprechen, ja, weiß ich nicht, wie groß da das Interesse ist. Aber bevor wir das gleich tun, wollen wir natürlich an dieser Stelle nochmal drauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hier dieses wunderbare Projekt unterstützen könnt. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de. Da findet ihr eine Support-Seite und da findet ihr Wege und Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Sei es durch Feedback, sei es durch Weiterempfehlungen oder auch finanziell. Und letzterem ist der Norbert nachgekommen. Deswegen geht der Dank stellvertretend für alle anderen, die uns hier regelmäßig unterstützen, raus an ihn. So und jetzt reden wir über die Eintracht und über die Spiele der Eintracht, genauer gesagt. Und das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben, ist schon ein bisschen her. Das war nämlich noch in der vorletzten Woche, bevor die Eintracht im DFB-Pokal gespielt hat. Und ich versuche mal den Spielfilm, der sich da über die letzten Tage und Wochen ereignet hat, möglichst kurz abzureißen. Die Eintracht tritt unter der Woche Mittwochabend an gegen Gladbach, gerät früh in Rückstand. Collins kommt rein, macht einen super Job und am Ende gewinnt die Eintracht auch dank des eingewechselten nach wie vor Topscorers Oma Mamusch gegen Gladbach 2 zu 1 und bekommt dann sonntags das DFB-Pokal los für das Achtelfinale, was vielleicht nicht so schön ist. Man darf nämlich am 4.12. auswärts in Leipzig ran. Am Wochenende schießt sich die Eintracht dann so richtig auf die nächste Stufe und pfeffert Bochum mit einem ordentlichen 7 zu 2 aus dem Stadion. Nachdem es zwischenzeitlich 4 zu 2 stand, gab es dann irgendwie zwei Treffer von Bochum und es gab irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder man fällt jetzt in diesen Strudel und kassiert am Ende das 4-4 oder man legt nochmal ordentlich einen drauf. Die Eintracht hat sich dafür entschieden, nochmal ordentlich einen draufzulegen. Dann wiederum unter der Woche ein klassischer Arbeitssieg in der Europa League gegen Slavia Prag. Bringt man ein 1-0 über die 90-Minuten-Marke. Natürlich auch hier wieder der Torschütze Oma Mamusch, der per Freistoß trifft, dass der zweite in Folge war. Noch nicht ganz Rekord, aber ich glaube, er hat es mittlerweile dann auch geschafft. Zumindest habe ich keine gegenteiligen Meinungen gefunden. Und am jetzt vergangenen Wochenende spielt die Eintracht 3 zu 2 gegen Stuttgart. Geht erst knapp vor der Halbzeit mit einem, ja mal wieder, Eckballtor. Mamusch schießt die Ecke, Eketike köpft ein. In Führung kommt dann wunderbar in die zweite Hälfte rein, legt noch zwei Tore nach. Einmal wieder Mamusch, natürlich wieder per Freistoß, wenn er im Spiel keine Tore machen darf. Dann halt eben direkt per Standardsituation. Brown macht auch noch ein Tor. Und dann wird es ein bisschen kurios. Stuttgart verkürzt auf das 3 zu 1. Da wird der erste Eintracht-Fan so ein bisschen hibbelig geworden sein. Dann kam das 3 zu 2. Da kann ich mir vorstellen, dass zumindest der liebe Marvin wie so ein HB-Männchen irgendwie umhergehüpft ist. Und dann fiel in der 97. Minute das 3 zu 3. Was aber, zum Glück, zum Pech, Ansichtssache, dank knappem Abseits nicht gegeben wurde. Und somit gewinnt die Eintracht 3 zu 2. steht nach 10 Spieltagen in der Bundesliga jetzt mit 20 Toren da. 20 Punkten da, Entschuldigung. 26 Toren, was irgendwie ganz knapp vorbei ist. Am bisher besten Eintracht-Start in einer Saison, das knapp 30 Jahre her ist. Damals auch der Trainer ein gewisser Topmüller. Allerdings Klaus Topmüller. Und ja, Mamusch hat mit seinem dritten Freistoß-Tor in Folge, glaube ich zumindest, habe ich, wie gesagt, nichts Gegenteiliges gefunden, einen aktuellen Rekord aufgestellt. Und damit die Frage an euch da draußen, weil so klassischerweise zieht man nach 10 Spieltagen so ein bisschen Resümee. Wie fällt denn euer Resümee aus, Marvin? Wie fällt deins aus nach 10 Spieltagen und Achtelfinale im Pokal und vielleicht sogar weiterkommen in der Euroleague, sicherem Weiterkommen in der Euroleague? Der Grüße erstmal an alle, die nach dem sieben-minütigen Monolog jetzt noch da sind. Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen euphorisiert. Haha. Alles gut. Also insofern schön, dass ihr noch da seid. Und meine Euphorie ist natürlich relativ groß. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich jetzt eine Eintracht gesehen habe, die auch eine Spitzenmannschaft schlagen kann. Und das ist natürlich gegen Stuttgart schon krass gewesen. Klar, wir müssen darüber reden, wie die Eintracht aus einem 3-0 noch fast ein 3-3 zaubert. Aber auch nur fast. Es ist eine starke Mannschaft gewesen, der VfB in einer herausragend guten Verfassung eigentlich in diesem Spiel durchaus gewesen. Das muss ich schon sagen. Taffer Gegner. Aber ich habe das Gefühl, liebe Leute, ich habe das Gefühl, seit diesem Spiel gegen Gladbach, wo wir zu zehnt die Gladbacher aus dem Pokal gekekelt haben, da gibt es eine ganz besondere Magie. Die spüre ich gerade. Marvin hat ja schon gesprochen. Basti, spürst du diese Magie auch? Ja, ich spüre die Magie und ich würde die gerne irgendwie weit weg halten. Beziehungsweise will ich nicht, dass Leute darüber sprechen. Auch wir nicht. Weil ich habe das Gefühl, oh Gott, hoffentlich entdeckt das niemand, weil das ist so geil. Und du hast einfach Angst, dass es irgendwie aufhört. Aber es wird halt immer krasser irgendwie. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass es so krass ist, zu dem Zeitpunkt jetzt schon. Und ich finde, dass man der Eintracht ansieht, was es ausmacht, wenn du Selbstvertrauen hast. Wenn die Spiele halt nicht 1-1 ausgehen, sondern wenn du die dann, selbst wenn sie nicht so gut laufen, 1-0 gewinnst. Weil du so ein Selbstverständnis entwickelst, dass du selbst so ein Spiel wie in Stuttgart gewinnst, was eigentlich nicht für dich spricht, dieses Spiel. Also eigentlich kannst du dieses Spiel locker verlieren. Stuttgart hat viele Chancen. Stuttgart hat Elfmeter. Der Lattenkreuz getroffen war optisch zumindest ein bisschen überlegen. Aber trotzdem, trotz dieses Spielverlaufs, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass die Eintracht irgendwie nervös wird. Im Gegenteil. Die Eintracht ist dann wie so ein Auftragskiller. Nicht spektakulär, aber in der Sekunde, wo es drauf ankommt, macht sie dann das Tor. Sieht dann, dass der Gegner angeschlagen ist und schlägt dann noch zweimal zu. Und dann am Ende kann sich keiner mehr beschweren, dass es hier 3-0 für die Eintracht steht. Dass du am Ende wackelst, meine Güte geschenkt. Aber trotzdem, dieses Spiel zu gewinnen, war auf jeden Fall für mich der krasseste Statement-Sieg in der ganzen Saison. Das war krasser, als noch gegen Bayern mitzuhalten. Das war krasser, als sieben Tore gegen Buchen zu schießen. Sondern so ein Spiel, was 50-50 ist, von zwei Mannschaften, die stark sind, das mit so einer Selbstverständlichkeit zu gewinnen, obwohl das Spiel, wie gesagt, nicht die Parameter für dich hat. Das ist eine Aussage, weil das sind diese wichtigen Spiele. Du kannst immer, wenn du gut in Form bist, irgendwie Spiele gewinnen, alles gut. Aber so ein Spiel zu gewinnen, zeigt, dass du ein unfassbares Selbstvertrauen hast. Und das hast du dir im Endeffekt erarbeitet. Weil diese Spiele, die knapp waren, hast du nicht mit krassem Fußball an gewissen Stellen gewonnen, sondern die hast du erarbeitet. Und wenn du dann in diesem Flow bist, dann laufen die Dinge, wie sie laufen. Und über Oma Mamouche fällt mir ehrlich gesagt gar nichts rein. Okay, da haben so ein bisschen die Superlativen aus. Ich habe aber auch zwischen den Teilen rausgehört, dass du dich noch so richtig entscheiden kannst, ob du jetzt so lagerkomplette Euphorie bist oder eher noch zurückhaltender Zweckpessimismus, um da irgendwie vielleicht auch die Fallhöhe so ein bisschen einzuschränken. Ist das richtig? Nee, es ist ja im Endeffekt eine realistische Scheinschätzung, weil es ist trotzdem erst der zehnte Spieltag und es kann auch immer noch alles passieren. Und am Ende haben wir auch alles schon erlebt. Es geht einfach nur darum zu sagen, ey, so eine Geheime Euphorie kann man haben, aber ich finde, die Eintracht kommuniziert das auch ganz gut. Die Eintracht redet das nicht klein, aber die Reden ist auch nicht groß. Weil im Endeffekt ist alles eng beieinander. Ich glaube, das Mittelfeld in der Bundesliga, die sind alle nur so gefühlt drei Punkte auseinander. Deswegen hört sich jetzt alles ganz geil an, aber trotzdem würde ich einfach den Modus Weiterarbeiten behalten. Und das macht die Eintracht ja auch. Die Fans können ja euphorisch sein, aber am Ende habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nicht hier sitze und irgendwas abschließend bewerte, sondern wir befinden uns mittendrin. Und ich habe halt Bock, dass es einfach so weitergeht, weil es sehr, sehr viele Anzeichen dafür gibt, dass das eine richtig geile Saison werden könnte. Ja, du hast es gerade eben angesprochen. Stuttgart war wahrscheinlich jetzt so in dem ganzen Verlauf noch der Gegner, wo man, den man als er am ehesten noch als Gratmesser, wobei sich auch Dino Topmüller ja in der vergangenen Woche in der Pressekonferenz so ein bisschen über diese Wortwahl aufgeregt jetzt nicht hat, aber er hat so ein bisschen auch hinterfragt, was ich auch nachvollziehen kann. Aber in den gegebenen Rahmenbedingungen war Stuttgart jetzt schon klar, mit die größte Herausforderung auch in letzter Zeit, die fast ein Jahr lang zu Hause nicht verloren haben. Ein unwahrscheinlich lautes Stadion, auch eine Mannschaft, die gerade sehr gut unterwegs ist, die auch die ganzen Verluste, die sie irgendwie drin hatten, gut weggesteckt haben. Und die Eintracht einfach auch wahnsinnig viele Spiele stand jetzt schon in den Knochen. Weil man sieht, was da auch abgespielt wurde, auch gerade, weil ja auch viele Spieler dabei waren, die jetzt in den Länderspielpausen auch irgendwie über volle Distanzen gegangen sind. und ja jetzt auch gerade wieder dann gehen, ist das schon durchaus bemerkenswert. Aber Patricia, um die Runde noch zu komplizieren, wie ist denn so dein Euphorie-Level gerade? Ihr habt es eigentlich alle schon ganz gut eingeordnet. Also ich genieße das jetzt aktuell, weil ich glaube, man sollte es jetzt auch genießen. Und ich kann immer noch, wenn es dann wieder schlechter läuft, mich über irgendwas beschweren. Von daher, es macht aktuell viel Spaß. Ich sehe es wie Basti. Also solange ich merke, dass man sich da jetzt nicht als Verein komplett davon wegtragen lässt und irgendwie die Bodenhaftung verliert, ist es alles okay für mich. Und als Fan habe ich das Gefühl, kann man sich da auch mal freuen. Klar, schaut man dann auf den Spieltag und denkt sich, boah, es ist erst der zehnte Spieltag rum. Und irgendwie sind wir in drei Wettbewerben und es fühlt sich schon an, als wäre man viel, viel tiefer in dieser Saison. Also zumindest für mich. Aber ja, es macht Spaß. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Aber wie ihr schon gesagt habt, es kann halt so schnell gehen, dass es dann irgendwie eben doch nicht mehr so läuft. Du hast irgendwie dann zwei, drei Spiele, die nicht so laufen. Und dann ist vielleicht dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen weg. Oder irgendjemand verletzt sich. Das haben wir ja jetzt auch schon durch. Und da habe ich ja große Angst gehabt, auch was Christensen angeht zum Beispiel. Und das finde ich gerade so beeindruckend bei der Eintracht, dass das eben selbst so Rückschläge, sage ich mal, dass es die nicht umwirft unbedingt. Dass man so viele spannende Spieler hat, was wir ja auch schon seit Wochen sagen, ich will den mal sehen, ich will den mal sehen. Und jetzt kommen die alle so nach und nach zum Zug, eben wegen Sperren, wegen Verletzungen, wegen auch einfach Belastungssteuerung. Und ich habe das Gefühl, es kommt, also die kommen schneller rein, als ich mir das sogar vorstellen konnte. Also ich hätte jetzt gedacht, da kommt ein Spieler rein, der jetzt noch nicht so viel gespielt hat und braucht dann vielleicht so ein bisschen. Aber ich finde zum Beispiel, ein Brown, der macht das ultra gut. Der kam da rein und hat sich direkt bewiesen. Und der hat da jetzt, ja, hat da jetzt erst mal gespielt. Genauso wie Namdi Collins. Das ist, also, ich kann jetzt hier anfangen und aufzählen, auch Rückkehrer, keine Ahnung. Knauf hat das jetzt gegen Stuttgart auch stark gemacht. So, der ist auch nicht immer gesetzt. Und das finde ich beeindruckend, dass du da so Personalschwankungen hast, aber trotzdem noch ein gewisses Niveau abliefern kannst über verschiedene Wettbewerbe hinweg. Und ich glaube, das ist wirklich auch viel daran gelegen, dass eben dieses Selbstvertrauen, was Basti auch angesprochen hat, aktuell da ist. Dass du eben auch als, keine Ahnung, Spieler, der jetzt nicht 100% Einsatzzeit hat, da reinkommst und in so ein Gebilde kommst, was einfach funktioniert. Wo du ein paar Leistungsträger hast, wo du vielleicht enorm formstarke Spieler wie Mamouche hast, die da sind. Und ich glaube, das trägt alle so ein bisschen. Und jeder fühlt sich da wohl und ist, glaube ich, auch einfach angefixt. Und es macht gerade Spaß als Fan. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Mannschaft, also man sieht es ja, die Mannschaft hat mega Spaß auf dem Platz. Und solange das so weitergeht, könnte es echt mega geil werden. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es kann richtig gut werden. Und wir sehen ja jetzt schon, wie gut es zum Teil auch ist. Und ich muss schon sagen, die Entwicklung der letzten Monate ist schon beachtlich. Auch viele Dinge sind so gut gelaufen, die ich, ja, wo ich es gar nicht gedacht hätte. Brown hast du ja eben angesprochen. Patricia, vollkommen richtiger Punkt. Bei dem habe ich gedacht, cool, dass der da ist. Mal gucken, ob der auf ein paar Spiele kommt. Und dann ansonsten ist es so ein Entwicklungsspieler. Da machen jetzt gerade wirklich viele, viele Schritte. Und das ist natürlich total toll zu sehen. Wir haben sehr viele junge Spieler, die an ihr Leistungsniveau kommen. Gleichzeitig ist es so, dass der eine oder andere natürlich vielleicht auch nicht immer 100 Prozent dabei ist. Aber dass es so gut läuft. Und wir aber auch gleichzeitig natürlich trotzdem ein bisschen Glück haben. Wir haben nicht dieses Glück dauerhaft. Das würde ich nicht behaupten. Und man erarbeitet sich sowas auch. Aber dass gegen Stuttgart beispielsweise am Ende nicht noch das 3-3 fällt, das ist vielleicht nicht nur Glück. Aber ich sage mal so, da wurde von den Tüchtigen, die haben da auch ganz schön viel vorgearbeitet. Und dann war es dann auch so, dass du dir natürlich nach eigentlich 30, 35 richtig guten Minuten, dann stehst du halt mit drei Punkten da. Und das ist natürlich schon sehr, sehr toll. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Klar, es wird wieder die Down-Phasen geben. Aber allein die Tatsache, wie wir gerade durch drei Wettbewerbe schweben, die Tatsache, dass wir gegen Gladbach wirklich klar gewonnen haben, das fand ich total toll. Ich sehe ja auch, dass es in der Europa League echt gut funktioniert, nachdem wir beim ersten Heimspiel schon gedacht haben, oh, oh, 3-3, das ist fast ein bisschen wenig. Und jetzt guck uns an, die Tabelle lügt nicht. Und das ist natürlich schon eine super tolle Entwicklung, wo wir sagen, na ja, zumindest jetzt in dieser Zwischenrunde sollte man noch drin sein. Und jetzt geht es Richtung direkte Quali für die nächste Runde. Also das ist schon stark. Das ist nur eine Momentaufnahme. Und ich verstehe auch Basti, der vollkommen recht hat, dass man auf die Bremse treten muss. Völlig geschenkt, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die intern diesen Hype jetzt tragen müssen. Weil ich glaube, gerade ist es zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder so, dass jeder Spieler gerade ein Stück weit besser wird. Denn es gab diese Phase. Es gab diese Phase 2022, als wir die Europa League gewonnen haben. Warum haben wir das gewonnen? Weil jeder Spieler ein bisschen über sich hinausgewachsen ist. Auch 2018, da waren auch Spieler, die auch über sich hinausgewachsen sind, die eigentlich gar nicht das Niveau dauerhaft halten konnten. Aber sie hatten es für eine kurze Zeit. Und genau das sehe ich gerade. Aber ihr habt natürlich recht, am Ende des Tages, das ist jetzt der zehnte Spieltag, ist es noch nichts. Wir haben uns für noch nichts qualifiziert. Wir haben noch nicht den Klassenhalt sicher. Es fehlen noch 20 Punkte. Ich glaube, wenn es so rüberkam, dass ich eine Bremse treten will, habe ich es falsch formuliert. Ich meinte eher, dass die gar nicht anfangen sollen nachzudenken. Das meinte ich. Weil du hast diesen Flow und ich glaube, der verselbstständigt sich gerade. Und sobald du anfängst, darüber nachzudenken, kommst du nämlich auf die Punkte, die Marvin angesprochen hat. Du hast in Wolfsburg ein bisschen Glück gehabt. Du hast jetzt auch in Stuttgart ein bisschen Glück gehabt. Du hast halt momentan wirklich die entscheidenden Szenen für dich. Das ist einfach so. Das ist auch okay. Das war auch nicht immer so. Und die Eintracht hat auch wirklich Dinge gehabt, wo sie Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Gerade auch in Leverkusen mit dieser Geschichte mit Etikette. Okay, also es ist nicht nur Glück, sondern wir haben auch schon tatsächlich Pech gehabt, was solche Dinge betrifft. Aber dieses Selbstverständnis, ich würde das an Eintrachtsstelle gar nicht hinterfragen, sondern ich würde einfach machen, machen, machen. Weil am Ende ist die Erkenntnis, die man jetzt aber schon ziehen kann, dass die Gedanken, die man im Sommer hatte, die man die ganze letzte Saison hatte, weggewischt sind. Es gibt hoffentlich keinen mehr, der an dem Trainer zweifelt. Da erzähle ich mich auch dazu. Ich war mir auch nicht sicher, bin ich ehrlich. Aber du hast durch diese Siege jetzt und auch durch diesen Flow, in den du geraten bist, auch einfach Ruhe. Das war doch das, wo wir nach uns alle gesehnt haben, war diese Ruhe. Dass du nicht situativ an elementaren Dingen zweifeln musst, weil du eben nur 1-1 spielst. Nein, du gewinnst jetzt 1-0 und dann hast du einen ganz anderen Raum, um zu agieren. Weil du musst dich nicht irgendwie mit dem Alltag aufhängen oder aufhalten, dass du nach dem Spiel nervige Interviews geben musst. Warum haben sie wieder nur 1-1 gespielt und bla bla bla. Während du eigentlich langfristige Dinge planst. Weil die kannst du jetzt machen und das passiert ja. Du hast jetzt die Ruhe, junge Spiele einzubauen und es ist viel leichter, in eine flowige Mannschaft diese jungen Spiele einzubauen, weil sie dann in ein funktionierendes Konstrukt kommen. Du kannst jetzt rotieren plötzlich. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht machen, wenn das ein oder andere Spiel nicht für dich läuft und du halt irgendwie gefühlt alle zwei Wochen unter Druck stehst, weil die Tabelle dich unter Druck setzt oder weil die Ergebnisse dich unter Druck setzen. Jetzt hast du das nicht und das musst du nutzen und das musst du aber weiter nutzen. Du musst jetzt weiter nutzen, dass du jetzt quasi zwei Wochen erst genießen kannst, auf die Tabelle zu gucken, Dritter zu sein und weiter zu planen. Du kannst jetzt wirklich, du hast einfach mehrere Level jetzt freigeschaltet, weil in gewissen Situationen kannst du das, was du gerade machst, eigentlich nicht machen. Was ist denn, wenn es nicht läuft und dann bringst du einen Collins, der macht einen Fehler, dann ist er sofort wieder raus und dann sehen wir den nie wieder. So, jetzt hast du die Chance zu sagen, ey Digga, es läuft, geh mit rein, es ist jetzt eine Verletzung, probier dich aus, bla bla bla. und wenn er in diesen Vibe reinkommt, dann kann er so performen, wie er performt und ich komme auch wirklich Woche für Woche nicht hinterher, wen man alles geil finden soll und das ist auch nice. Also du hast wirklich viele, viele Spieler und abschließend der wichtigste Punkt für mich, aktuell die Stimmung abzulesen, ist tatsächlich das, was Patricia sagt, wenn man sieht, wie die Spieler miteinander sind, wie die sich freuen, wie der Trainer die Spieler anfeuert, dass die halt auch in diesem Flow sind und dass die da nicht nur ihre Arbeit machen und denken, geil, ich erhöhe jetzt hier meinen Marktwert und spielt, sondern nee, das scheint auch eine geile Truppe zu sein, die Spieler integriert, die Spieler nicht fallen lässt, die nicht spielen und die dann nach dem Spiel halt wie Kinder zusammen im Kreis tanzen und das ist unglaublich wichtig. Und zudem funktioniert es auch gerade ganz gut, irgendwie thematische Punkte abzumoderieren, denn es ist ja durchaus so, wir hatten über diese Santos-Trab-Thematik haben wir gesprochen, dann war es mal so, da war Trab ein bisschen wackelig, jetzt hat er wieder zwölf Meter gehalten, jetzt denken wir, okay, es läuft wieder und das ist alles schon kein Thema mehr. Das ist natürlich gerade eine super Zeit, in der die Eintracht es schafft, selbst irgendwie knifflige Themen wieder gekonnt, wegzumoderieren, warum? Weil es halt gut läuft und jeder sagt, ah ja, komm, ist alles in Ordnung und eitel Sonnenschein, das funktioniert auch nicht immer. Also da spielen vieles gerade ineinander. Klar, es ist immer schwierig, solche Diskussionen irgendwie, wie du es gerade eben gesagt hast, abzumoderieren, wenn halt gerade eben es genügend Grund dafür gibt, sie zu führen und gerade gibt es halt einfach keinen Grund. Das wirkt so ein bisschen danach, dass, ja, ihr habt es richtig gesagt, Spieler, die man vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm hatte, die aber trotzdem dann irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu beweisen und diese Möglichkeit nutzen und das auch so, ja, kleinere Experimente, wie es jetzt am Wochenende gegen Stuttgart gemacht wurde, wo man dann einfach gesagt hat, so, okay, wir machen halt vor der Abwehr quasi so eine Flügelzange Ebimbe Brown und ihn lassen Brown nicht als klassischen Linksverteidiger spielen, sondern ziehen ihn ein bisschen weiter vor und das hat halt auch funktioniert. Also auch solche Möglichkeiten kann man gerade eben mal machen, man kann so ein bisschen was probieren, ohne dass das gleich gefühlt zum nächsten, zum nächsten Weltuntergang führt. Aber ich finde auch nochmal wichtig, den Punkt von, von Basti, dass man nicht ins Nachdenken kommen soll, sondern dass man sich auf das fokussieren soll, was man gerade eben ja geschafft hat und wir müssen uns aber glaube ich auch, also wir als Fans müssen uns auch bewusst machen, diese Mannschaft ist unwahrscheinlich jung, das läuft gerade extrem gut und da wird es auch wieder Phasen geben, wo es wieder so ein bisschen vielleicht auch stockt. Auch das gehört zu diesem Prozess irgendwie mit dazu. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt einfach auch in all diesen Spielen diese Punkte dann am Ende des Tages dann auch mitgenommen haben. Das ist doch das Wichtige, dass du, wenn jetzt mal was passiert, was passieren wird, ist auch nicht schlimm, dass dann das nicht in so eine elementare Zweifel einfach abdriftet, sondern dass man das mit einpreist und dass man sich halt jetzt schon gut fett gefressen hat, was das betrifft und dann dadurch nicht unter Druck steht und dann eventuell Entwicklungen nach hinten schieben muss, weil man jetzt erstmal eine Gegenwart Punkte braucht, sondern du kannst jetzt einfach den Saisonplan, den du scheinbar hast, weiter durchziehen und viele von den Dingen, die jetzt passieren, von denen profitieren wir vielleicht auch erst im Februar, März, weil du halt dann keine völlig überspielte Mannschaft hast im Februar, März, wie wir das in der Vergangenheit hatten, sondern dass du halt gefühlt die Kräfte, die dir zur Verfügung stehen, so einsetzt, dass das für eine ganze Saison reicht. Natürlich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber du kannst ja nur die besten Voraussetzungen schaffen, um das zu machen, das wird gerade gemacht und das ist geil. Nichtsdestotrotz hat die Eintracht auch noch genug Themen, glaube ich, wo sie sich gar nicht ablenken muss von irgendwelcher Euphorie oder irgendwie selber bremsen muss, weil sie hat auch seriös noch Dinge zu besprechen, die nicht funktionieren, weil man immer wieder Schlafphasen im Spiel hat. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Das war jetzt in Stuttgart wieder, das war gegen Gladbach so, das war beim Bundesligaspiel gegen Gladbach so, also du hast ja diese Momente drin, wo du sagst, okay, da ist auf jeden Fall auch noch Arbeit so. Du kannst nicht sagen, ja, mach einfach für immer so weiter, dann klappt alles. Du musst jetzt halt einfach dir bewusst machen, dass du an gewissen Stellen auch Glück hattest, dich darüber freuen und dafür sorgen, dass du in Zukunft an Stelle XY kein Glück mehr brauchst und die Situation ist so unglaublich komfortabel gerade, weil du das alles mit einem positiven Spin machen kannst. Ja, wichtiger Punkt und ich glaube, auch rückblickend betrachtet war Gladbach, äh, Gladbach sehe ich schon Stuttgart, ähm, tatsächlich jetzt das, wo es am knappsten dran war, dass das jetzt irgendwie, äh, mal kippt, auch mit dieser Schlafphase da drin, Stuttgart hatte unwahrscheinlich viele Offensivaktionen, die waren halt einfach auch in der Menge, der sie da hatten, nicht wirklich effektiv genug, ähm, da waren aber, du hast es vorhin gesagt, Basti, mit hier Latten, Treffer knapp irgendwie dran vorbei und so weiter, also da war auch einiges dabei, wo es dann auch schnell irgendwie kippen kann und dann kann man sich wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht so richtig beschweren und das muss man, ja, abgestellt bekommen, ich hoffe, der Trainer weiß, woran es liegt, ich habe da jetzt keine, keine wirkliche Idee, woran es liegt, dass man diese, diese Schlafphasen immer wieder da drin hat, ob das mit an der, an der Altersstruktur irgendwie liegt, ob das dann vielleicht auch schon dem relativ vollen Programm liegt, was da hier verschiedenste Spieler schon irgendwie in ihren Knochen hat oder ob das dann einfach, ja, Überheblichkeit will ich jetzt nicht sagen oder so dieses, dieses zu satt sein in dem Moment dann ist, keine Ahnung, habt ihr eine Theorie, was so Auslöser für diese Schlafphasen sein könnte? Marvin, hast du da irgendeine Idee? Ich habe auch keine direkte Idee, aber was ich relativ häufig höre, ist gerade bei Profis, dass es durchaus vorkommen kann, wenn du ein bisschen mehr Freiraum hast durch das 3-0, dass dann der Kopf auch nicht mehr in dieser Komplettanspannung ist, was natürlich vielleicht schon dazu führen kann, dass du dann wieder, ja, dass du dann wieder zu nachlässig bist in gewissen Situationen und vielleicht dann auch dadurch, ja, es entstehen lässt, dass halt Chancen des Gegners kreiert werden, die dann dazu führen, dass du in Bedrängnis kommst. Ich glaube, es hängt schon ein bisschen damit zusammen, aber das kennen wir alle, wenn wir manchmal irgendwie, keine Ahnung, ich bin selten schnell gelaufen, aber ich kann mich in meiner Jugendzeit erinnern, wenn ich mal irgendwie nicht der Allerletzte war hier beim Sport, keine Ahnung, wir sind Runden gelaufen oder so, wenn ich relativ weit vorne war oder ganz vorne, dann ist es auch manchmal so, dass man dann das Gefühl hat, man kann jetzt ein bisschen locker lassen und das wird schon und dann kommen aber die anderen von hinten ganz schnell an und dann wird es halt problematisch und ich glaube, genau das ist halt so eine Situation, die es immer wieder gibt und ich glaube, du musst heiß und komplett wach sein und als Top-Team komplett wach sein, dauerhaft und das schaffen auch nicht viele. Erinnern wir uns selbst an dieses monumentale Spiel in Barcelona, auch da haben wir es ja fast nochmal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen eng werden lassen, ja, auch wenn da viel Glück aufs Barcelona-Seiten irgendwie dabei war, aber auch selbst da war, wurde es dann nochmal ganz kurz brenzlig und ich glaube, die Eintracht hat halt genau diese brenzligen Situationen immer drin, aber dass es wie in anderen Partien, wie wir es auch schon oft erlebt haben, nicht aus einem 3-0-3-3 wird, sondern wir insgesamt trotzdem mit einem 3-2 heimgehen, ist natürlich ein bisschen Glück, aber es hängt auch damit zusammen, dass die Eintracht ein wenig reifer geworden ist. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, diese Mannschaft ist vielleicht auch überraschend reif, auch gemessen an dem, wie man wahrscheinlich in diese Saison reingegangen ist, nach dem, was man in der letzten Saison erlebt hat, dass da jetzt gerade so viel in die positive Richtung der Eintracht kippt, hat man wahrscheinlich einfach in Summe nicht erwartet. Umso glücklicher können wir damit sein, dass es so läuft und dass diese, wir hatten es ja auch schon mehrfach erwähnt, diese Geschichten oder diese Botschaften, die man uns im letzten Jahr als Fan mitgegeben hat, dass man da den Grundstein legt und dass das ein bisschen dauert, aber dass man da entsprechend drauf aufbaut und dann eine erfolgreiche Eintracht sehen wird, dass das sich mehr und mehr bewahrheitet hat und hoffentlich auch noch viel, viel mehr bewahrheitet. Wie sehr nervt es euch denn, dass an der Stelle jetzt dann schon wieder die nächste Länderspielpause da ist? Also wir befinden uns ja jetzt schon wieder mittendrin, ein relativ großer Teil der Eintracht-Mannschaft ist auch tatsächlich unterwegs, sei es jetzt für A-Nationalmannschaften oder U-Nationalmannschaften. Collins hat ja dann auch die Berufung in die deutsche U21 bekommen. Ist das für euch jetzt so der richtige Zeitpunkt, dass ihr mal ein bisschen durchatmen könnt, weil wie Patricia gesagt hat, es fühlt sich irgendwie nach mehr an oder sagt ihr so, ach nee, eigentlich ist es doof, ich hätte jetzt gern schon noch ein bisschen mehr gesehen. Basti, wie ist es bei dir? Ich finde diese Saison die Länderspielpausen eigentlich ideal, weil wir gewinnen scheinbar immer vor den Länderspielpausen und dann hast du irgendwie zwei Wochen so einen geilen Flow und die Spieler können sich ein bisschen ausruhen. Also momentan bin ich, was Länderspielpausen betrifft, echt fein, weil ich auch das Gefühl habe, jetzt können die nach diesen alle drei Tagesspielen, Wochen jetzt auch erstmal durchatmen, zumindest ein paar Spieler. Und dass auch der Trainer ja selber gesagt hat, der will jetzt erstmal einen Tag schlafen irgendwie. Also ich glaube, dass du die positiv nutzen musst in dem Sinne, dass du Ruhe hast und dass du die weiteren Aufgaben, die kommen, weiter planen kannst und den Flow nicht irgendwie zwischendrin verlierst, weil du alle drei Tage spielst und das vielleicht gar nicht merkst, sondern du kannst dich jetzt wieder ein bisschen neu resetten, kannst das, was du hast, positiv mitnehmen kannst, aber jetzt dann wieder quasi so einen kleinen Mini-Neustart machen. Ich glaube, das ist sogar ganz gut tatsächlich, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind da jetzt gut durchgekommen, aber das waren schon viele Spiele, inklusive Pokal. Dann hast du Europa-Pokal, Pokal, Europa-Pokal, dann spielst du bei Union Berlin ein ekelhaftes Spiel, dann spielst du in Stuttgart ein anstrengendes Spiel. Also ich glaube, dass es ehrlich gesagt ganz gut ist, dass jetzt ein kleiner Break ist, dann kannst du dir gucken, kannst du auf den Spielplan gucken und sagen, okay, jetzt geht es weiter, dann hast du ein Heimspiel gegen Bremen, fährst nach Dänemark, fährst nach Heidenheim, fährst nach Leipzig, also dann hast du nämlich wieder diese Wochen. Ja, also es waren wahnsinnig viele Spiele, wir haben jetzt zehn Liga-Spiele, zweimal DFB-Pokal, viermal Europa-League, also das ist schon einiges an Programm, was da abgerissen wurde. Patricia, wie siehst du das, bringt dir das jetzt ein bisschen Entspannung in deinem Gefühl schon viel weiter in der Saison sein? Mir ganz bestimmt, ja, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich brauche als Fan eine Pause, ist irgendwie ganz komisch, weil einerseits macht es ultra Spaß und man ist in diesem Flow und ich will den Flow auch nicht aufgeben und ich habe irgendwie auch bei jeder Abweichung jetzt so die Angst, oh, was ist, wenn wir da irgendwie diesen Flow verlieren, aber das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, es tut allen mal ganz gut, außer denen, die vielleicht selbst auf Länderspielreise sind und am Ende, ja, jetzt auch nicht sehr viel entlastet werden da. Aber, ja, ich hoffe einfach, dass sich keiner verletzt, dass alle gesund zurückkommen und es ist ja vielleicht zumindest eine mentale Pause für alle. Also, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, da hast du ja ganz andere Aufgaben, ein anderes Umfeld und kannst dich da vielleicht auch einfach mal auf andere Dinge konzentrieren und dann kommst du zurück zu dieser Mannschaft, auf die du auch Bock hast und zu deinen Bundesliga-Aufgaben und das macht ja auch Spaß. Also, ich kann mir schon auch so einen positiven Effekt vorstellen, selbst für die, die jetzt keine Pause haben und alle anderen können jetzt mal ein bisschen entspannter machen, sich ein bisschen, ja, mehr ausruhen und vielleicht auch an Dingen arbeiten, die man in so einer Länderspielpause mit den Spielern, die jetzt noch übrig sind, angehen kann. So, also, das kann ja auch helfen. Von daher, ich finde es jetzt auch in Ordnung. Ja, wahrscheinlich werde ich es dann doch ein bisschen vermissen, weil aktuell macht es, wie gesagt, sehr viel Spaß, aber es geht ja dann auch wieder Schlag auf Schlag weiter und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da mal so eine kleine Pause einbaut. Ja, du hast es gerade eben angesprochen, es gibt natürlich den einen oder anderen, der da dann jetzt auch in der Länderspielpause, außer vielleicht der mentalen Erholung, zumindest körperlich wenig Erholung hat, da fällt mir natürlich spontan, Oma Mamush ein, der für uns ja auch mit ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist. Ich meine, rundherum die Spieler wie Eketike oder jetzt auch Brown und so weiter erzielen natürlich auch Tore, aber ich glaube, man kommt nicht umhin zu sagen, dass Oma Mamush da einfach gerade ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, der jetzt aber auch in dieser Länderspielpause mit wahrscheinlich zwei Spielen zumindestens nicht wahnsinnig viel Erholung bekommen wird, weil man natürlich auch immer einen gewissen, ja, der als Spieler Interesse daran hat, für sein eigenes Land da irgendwie zu spielen, aber wie kritisch siehst du das, Marvin, wenn so gerade unser Top-Storer, unser wichtigster Spieler da jetzt dann auch noch irgendwie da permanent irgendwie ran muss und dann auch noch irgendwo auf Kunstrasen spielen muss, da zuckt man ja auch schon immer ein bisschen zusammen. Ja, klar, das kann ich nachvollziehen, ich finde es natürlich nicht optimal, aber andererseits ist es halt auch das, was ihn ausmacht, ne? Also ich meine, er hat ja so eine unglaubliche Leichtigkeit gerade und will sich überall beweisen und es flutscht halt auch und dann muss man ihn auch genauso machen lassen. Wir wissen alle, oder wir haben uns auch alle gefreut, als beispielsweise die erste Nominierung kam für Kodou Mouani, dass der plötzlich für die französische Nationalmannschaft spielt, weil das auch für die Eintracht irgendwie so ein Stück weit eine Ehre war. So geht es uns bei anderen Nationen auch, wenn es darum geht, dass die nominiert werden. Und so freue ich mich tatsächlich auch, wenn halt Mouani eine tragende Rolle bei seinem Verein spielt. Ja, da sind zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite würde ich mir ein bisschen mehr Sicherheit wünschen, dass wir sicher gehen können, dass er sich nicht verletzt. Aber es können dumme Dinge immer passieren und ich glaube, damit müssen wir jetzt arbeiten. Andere Spieler werden auch in den Nationalmannschaften unterwegs sein, aber auch die gegnerischen Teams, und gut, jetzt als nächstes kommen ja dann irgendwie in zwei Wochen oder anderthalb kommt ja dann Werder Bremen. Auch die haben ein paar Nationalspieler, bei Heidenheim sieht es eher anders aus, das ist dann der darauffolgende Gegner. Aber da muss ich jetzt einfach hoffen und ich hoffe, dass er eine gute Leistung zeigt. Und die Fragen, die ich mir zu Mouani stelle, sind weniger, ob er topfit nach Hause kommt, sondern eher, wie lange er noch nach Hause, nach Frankfurt kommen kann oder wann irgendwann die Angebote so unmoralisch werden, dass auch einer Eintracht nicht mehr sagen kann, die Schatulle wollen wir zulassen. Wobei ich schon glaube, Stand jetzt ist das im Winter durchaus der Fall. Aber im Sommer gibt es die neuen Möglichkeiten. Ja, zumindest für den Winter hat ja Markus Kröscher heute gesagt, dass er mit einem ruhigen Winter plant und da eigentlich keinen Bedarf sieht, da jetzt irgendwelche Veränderungen im Kader vorzunehmen, was mit Sicherheit, wenn jetzt nicht, jetzt dreimal auf Holz klopfen bitte jeder, irgendwas an Verletzungen oder irgendwas dazwischen kommt, dann da auch nicht notwendig ist. Aber ich verstehe schon deinen Punkt, Marvin. Irgendwann hat man einfach den Punkt erreicht, wo man jetzt auch wenig Argumente hat, da jetzt irgendwas dagegen zu tun. Das hoffe ich aber auch, dass wir diese Diskussion bitte erst im Sommer führen und dann kann man sie wahrscheinlich auch ganz anders bewerten. Ja, habt ihr denn sonst noch etwas zur aktuellen Situation oder zur aktuellen Saison der Eintracht zu erwähnen? Ich bin so ein bisschen, wir haben alle Themen, die ich aufgeschrieben habe, schon so schnell abgearbeitet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, also ich glaube, es gibt schon ein paar Themen, über die ich mal sprechen will, gerade mit euch jetzt hier. Haben wir auch in dieser Runde noch nicht gesprochen. Wie seht ihr denn jetzt die Situation bei denjenigen, die halt gerade nicht so performen können? Also wir haben ja durchaus bei den ganzen wunderbaren Meldungen, die wir gerade haben, sei es mit Mamou, die Abwehr sieht eigentlich ziemlich stabil aus. Wie toll es ist, dass Brown so gut performt, dass mittlerweile sehr, sehr viel zusammenläuft. Aber wie ist es denn jetzt bei den Leuten, bei denen es gerade nicht so richtig flutscht, Patricia? Chaibi ist ja irgendwie so jemand, den wir alle irgendwie ins Herz geschlossen haben. Aber bei dem wir gerade nicht so sicher sind, wie er in dieses Korsett passen kann, ne? Ja, das ist auch, also ich finde irgendwie die Diskussion schlimm bei ihm, weil ich das Gefühl habe, er wird schlechter gemacht, als er ist. Weil ich finde, er hat schon Spiele gezeigt, in denen er gezeigt hat, was er kann und wohin die Reise gehen kann. Natürlich muss man auch sagen, dass er aktuell in so einem kleinen Formtief steckt. Das ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Ich finde aber, es ist halt normal. Also klar war das jetzt nicht der günstigste Spieler, den man hat und so weiter und so fort. Aber ich finde es immer schwierig, so Spieler an einem Preisschild festzumachen. Das ist auch immer noch ein junger Spieler. Der hat, ja, der hat Konkurrenz auf seiner Position. Das ist vielleicht sogar auch ganz gut. Und der muss sich da jetzt eben, wie jeder andere Spieler, der eben auch schon mal einen Formtief hatte, da irgendwie raus manövrieren. Und ich glaube, wenn das gut geht, dann aktuell bei der Eintracht, so wie es jetzt ist. Weil wir haben das bei vielen anderen Spielern gesehen. Ich denke immer an Dina Ibimbe, der zwischenzeitlich komplett außen vor war und jetzt zum Teil sogar Startelf spielt oder auch wieder auf seine Einsätze kommt. Du hast bei Dino Topmüller vor allem, habe ich das Gefühl, immer eine Chance zurückzukommen. Also ich glaube, da wird schon drauf geschaut, wie entwickelt er sich, wie ist er gerade in Form? Ist er irgendwie mental auf der Höhe oder eben nicht? Und ich glaube, da spielt ganz viel mit rein. Und ich glaube aber auch nicht, dass da irgendjemand fallen gelassen wird. Und von daher vertraue ich darauf, dass der in einer Mannschaft ist, die aktuell funktioniert, dass er sich da selbst rauskämpfen kann und muss und dann sicherlich auch wieder auf Einsatzzeiten kommt und auch sicherlich wieder besser spielen wird. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein guter Junge. Also der hat schon einiges drauf und ich würde ihn sehr, sehr gerne wieder spielen sehen. Aktuell liegt es halt auch einfach daran, dass es bessere Optionen gibt beziehungsweise Spieler, die einfach besser in Form sind aktuell. Ja, ich finde das Thema auch schwierig, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Leute zu krass drauf achten, aber er liefert dann halt auch genau in den Situationen wirklich eklatante Dinge. Also der hat jetzt zwei Tore direkt verschuldet. Also das Ding bei Union Berlin geht komplett auf seine Mütze und jetzt in Stuttgart sah er auch nicht wieder gut aus. Das ist halt das Symptom wahrscheinlich dann davon, dass, ja, anders als was wir vorhin über die gesamte Eintracht gesprochen haben, er alleine kommt ins Denken rein. Das merkst du ihm halt an. Aber ich glaube, das ist eine normale Phase, die ein junger Spieler hat. Der hat das schon gezeigt. Der hat letzte Saison viele Scorer gesammelt. Der hat wichtige Tore geschossen. Er hat auch schon gezeigt, was er kann. Das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, aber das ist vielleicht mein persönliches Problem, ich weiß nicht, was für ein Spielertyp das ist. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wo könnte ich den jetzt reinbasteln, dann könnte ich dir das nicht zu 100 Prozent beantworten. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, er battelt sich mit Ansgar Knauf, dann würde ich sagen, okay, aber Ansgar Knauf interpretiert seine Position durch eine unglaubliche Schnelligkeit, durch eine unglaubliche Giftigkeit in den Zweikämpfen und teilweise vorne durch eine unorthodoxe Spielweise, sag ich mal. Da sehe ich ihn halt zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ist das schnell? Fragezeichen. Ich kann es nicht einschätzen. Für mich ist er fast eher ein zentraler Mittelfeldspieler, der aber dann immer auf diesen Außen-Halb-Positionen hinter den Spitzen eingesetzt wurde in der letzten Saison. Das heißt, so ganz greifen, wo bastle ich den jetzt rein und auf welcher Position fühlt er sich am wohlsten und wo kann ich ihn wieder reinschleiden lassen? Die könnte ich jetzt nicht beantworten, tatsächlich. Am ehesten sehe ich ihn noch von seinen Fähigkeiten her als Götze Ersatz, tatsächlich. Dass man ihn von dem Außen ein bisschen mehr ins Zentrum holt, weil er ist ballsicher, er hat einen guten Abschluss, aber vielleicht fehlt ihm für die Außenposition so ein bisschen die Schnelligkeit. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit zu sagen, dass du ihn als Einwechselspieler wieder ranführst, so ab der 70. Minute, wenn einer von den dreien im zentralen Mittelfeld raus muss. Das ist so die Position, die ich am ehesten für ihn sehe. Ansonsten fällt es mir schwer, den komplett zu greifen. Und das ist ja ganz spannend, denn ich finde, was du sagst, ist ja genau richtig. Also zum einen muss man sagen, der hat neun Spiele gemacht, der hat nicht alle von Anfang an, der ist oft eingewechselt worden, wird aber auf keinen Fall irgendwie fallen gelassen. Czai B war in der letzten Saison enorm wichtig. Trotzdem ist es tatsächlich so, dass diese Schwierigkeit, ihn zu greifen und in welcher Position er ist, das geht es glaube ich vielen so. Aber René, wäre das nicht irgendwie sogar die genau sinnvolle Möglichkeit zu sagen, hier, wir haben jemanden, der ist 21, das darf man nie vergessen, die sind alle noch so jung. Wir haben jemanden, der ist 21, Götze, kümmere dich doch vielleicht um den, der vielleicht so ein bisschen eher so in deine Position wächst. Wäre das vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, wo Götze nochmal direkt ein Mentoring-Programm machen könnte? Ich glaube, Mario Götze macht so oder so jede Menge Mentoring-Programme. Ich glaube, der benutzt das Wort Mentoring-Programm auch selber. Das könnte ich mir vorstellen. Ganz ehrlich, wenn mir Mario Götze ein Mentoring-Programm verkaufen will, I'm in. Also, ja, aber ist ein wichtiger Punkt. Also, ich glaube schon, dass er für sich klar haben muss, was ist die Position, auf der bin ich da gerade, wo ich hin will. Ich glaube, er ist auch so ein Stück weit jetzt, ich will jetzt nicht sagen Opfer, aber er ist jetzt irgendwie leidtragender von dem System, dass man das System ein bisschen umgestellt hat, weniger auf dieses Ballbesitz, sondern halt auch mehr mal schnelle Bälle in die Spitze über Geschwindigkeiten gehen, was ihm vielleicht jetzt an der Stelle nicht so liegt. Aber ich glaube schon, dass er, und das hat ja Topmöller auch an der einen oder anderen Stelle gezeigt, dass er bei der Eintracht Rahmenbedingungen und Support findet, auch in solchen Fällen. Ein, wie habt ihr es so schön gesagt, nicht fallen gelassen zu werden, sondern dass man ihm da Möglichkeiten irgendwie gibt. Und ich glaube, wenn man ihm das Vertrauen gibt und er sich selbst dieses Vertrauen gibt, dass er dann da wieder reinkommt. Und mit Sicherheit kann er von Spielern wie Mario Götze, aber auch Motorhut da einfach wahnsinnig viel lernen. Aber die Art und Weise, wie die Eintracht gerade eben halt spielt, ist nicht das Optimale für ihn. Zumindest nicht, so wie ich ihn einordne und ich bin da ähnlich unterwegs wie Basti oder eine Patrizia, dass er eher so, ja, die jüngere Variante von Mario Götze ist, der ja jetzt auch gerade nicht in jedem Spiel konsequent von Anfang an auf dem Platz steht. Also der ist da ja auch gerade so ein bisschen raus. Aber trotzdem wird es da Möglichkeiten für ihn wieder geben und da muss er einfach drauf vertrauen. Das ist das Gute, ja. Es werden ja so viele Spiele noch kommen, wenn alles gut läuft, dann werden wir auf jeden Fall so viele Spiele haben, wo wir auch jeden brauchen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, Werder Bremen ist jetzt dann der nächste Gegner, der dann kommt. Das ist nicht zu unterschätzen. Die stehen nervig gut in der Tabelle. Also überraschend gut noch. Das ist eine sehr gute Beschreibung bei Werder Bremen. Nervig gut stehen. Ja, das trifft leider sehr gut. Ja, es ist, keine Ahnung, ich bin der einzige Mensch, bei dem wahrscheinlich diese Kohfeldt-Antipathie immer noch nachwirkt, obwohl der Mist dabei nicht in der Zweiten ist. Nee, ich hab's auch noch. Es war auch noch so Reste übrig irgendwie, ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch an die, wie die auf der Tribüne da auch rumgetrommelt haben bei Corona. Ich weiß nicht, also es war unangenehm. Ja. Richtig nervig. Aber Patricia, den geht's genauso. Hast du das im täglichen? Spürst du das auch? Im täglichen? Nee, zum Glück nicht. Im täglichen, das wird mich, glaube ich, ich müsste mich einliefern lassen. Hast du die Stimme von Florian Kohfeldt in deinem Kopf? Spricht sie zu mir? Nee, aber tatsächlich, seit er jetzt bei Darmstadt ist, kam das wieder ein bisschen hoch. Also es ist jetzt irgendwie näher in meine Lebensrealität gerückt, weil er halt hier in Hessen ist und weil man das vielleicht auch beruflich so ein bisschen mitbekommt und so. Und jetzt ist es so, ich hab so ein paar Flashbacks schon gehabt, das stimmt. Aha. Es ist ja auch krass, weil eigentlich, also ich meine, wenn man jetzt ganz Neutrales betrachtet, sehen wir auch, dass Kohfeldt, glaube ich, seitdem er da ist, den erfolgreichsten Schnitt in der zweiten Liga hat. Also ich glaube, Darmstadt und Hannover sind die beiden Mannschaften mit dem besten Schnitt zuletzt. Und Darmstadt ist immer noch auf der Zwölf, weil sie es dauert, noch ein bisschen, ein bisschen weiter oben sind. Aber der Kohfeldt-Effekt greift mittlerweile in Darmstadt. Hoffentlich greift er es nicht so, dass die dann auch in die erste Liga kommen. Die zweite Liga ist jetzt schon ganz okay dafür. Aber wie gesagt, also da muss Werder Bremen auch noch mit diesem negativen Touch arbeiten. Und wir freuen uns auf jeden Fall nicht auf dieses Spiel. Aber ich muss halt sagen, theoretisch zu Hause 18.30 Uhr, glaube ich, Topspiel am Samstag. Das ist auch mal wieder eine schöne, traditionsreiche Partie, wo die Eintracht erneut zeigen muss, dass sie gerade Tabellenplatz 3 verteidigt. Und liebe Leute, wie krass ist dieser Tabellenplatz 3? Auch nur eine Momentaufnahme. Aber das ist ja jetzt schon nicht am zweiten Spieltag oder so. Das ist schon gut. Ja, also über Tabellenplatzierungen brauchen wir uns, glaube ich, gerade überhaupt nicht beschweren. Auch wenn das eine Momentaufnahme ist. Ich glaube, wenn man uns Anfang der Saison gesagt hätte, wir stehen an Spieltag 3 mit 21 Punkten und 26 mit 20 Punkten und 26 Toren. Das ist für mich auch irgendwie die sechste Stunde. Einen Punkt hinter Leipzig, die 21 Tore haben und irgendwie drei Punkte vor Leverkusen. Ich glaube, da hätte uns auch jeder irgendwie ein bisschen komisch angeguckt und gesagt, ja, ja, es ist irgendwie auch alles nicht so richtig bei dir da oben im Stübchen. Also das ist schon unwahrscheinlich gut und das halt auch noch gepaart mit der Art und Weise, wie die Eintracht da hingekommen ist mit der Konsequenz, die sie da in den letzten Spielen zeigt, die wir ja jetzt auch schon lang und breit besprochen haben. Das ist schon etwas, was man einfach gerade sehr, sehr, sehr genießen sollte als Eintracht-Fan. Auf jeden Fall. Und wie ist es aber für dich, Basti? Ich meine, du siehst ja natürlich viele Tore, aber auch wir haben ein paar Gegentore. Jetzt haben wir die Abwehr immer wieder relativ hoch gelobt. Und ich meine, es ist auch nicht alltäglich, dass Leute wie Collins und Brown so viel spielen. Ist es trotzdem eine Gefahr, dass die Eintracht relativ viele Gegentore fängt oder würdest du das irgendwie dem Spiel der Eintracht generell zurechnen? Weiß ich nicht. Da rätsel ich auch noch so ein bisschen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da zwei parallele Dinge passieren. Also die Eintracht kassiert relativ viele Tore, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Eintracht hat eine unglaublich stabile Abwehr. Also das Gefühl, was ich habe, ist, dass die Eintracht eine geile Abwehr hat, aber die Zahlen geben es halt an gewissen Stellen nicht her. Deswegen müsste man da vielleicht eine Detailanalyse von den Gegentoren machen. Aber gefühlt gibt es keinen Spieler in der Verteidigung, dem ich nicht vertrauen würde. Also wo ich das Gefühl habe, oh, der fällt aber ab und irgendwie kassieren wir dadurch viele Gegentore. Ich kann es noch nicht ganz greifen, woher die kommen. Aber genau dafür sind ja vielleicht die Länderspielpausen da, dass die Mannschaft und das Trainerteam da so ein bisschen in die Analyse geht und halt einfach mal guckt, weil am Ende kann das auch Pech sein. Am Ende musst du vielleicht auch einfach durchziehen und sagen, nee, das wird sich schon wieder einpendeln. Oder du musst halt Anpassungen vornehmen. Aber gefühlt würde ich, wenn ich diese Saison bisher zusammenfassen müsste, eigentlich positiv über die Abwehr sprechen. Und das ist halt ein bisschen komisch. Genau, das ist es. Es ist komisch, weil wir ja eigentlich relativ viele Gegentore kassieren. Aber ich glaube, wir sind alle unter dem Eindruck, dass die Eintracht immer wieder total viel kompensiert. Dass Ausfälle wie Theat Christensen immer wieder kompensiert werden. Und das ist natürlich in der Gesamtheit dann schon krass, weil oftmals war es so, erinnert euch an die ganz dunklen Zeiten, wo wir irgendwie ein bisschen Geld zusammensuchen mussten, damit wir überhaupt einen Innenverteidiger bekommen. Und jetzt sagen wir, okay, gut, was machen wir jetzt da? Jetzt kann der nicht spielen. Na ja, kommt dann die Collins rein und macht eine starke Partie. Und dann ist irgendwie jemand wie Aurel Amand da, ist auch noch da und der wird auch noch befasst mit den Hufenscharren. Und dann vergessen wir alle so ein bisschen den erst 25-jährigen Tutor, der eine brutale Saison bislang spielt. Also wenn wir uns diese Innenverteidigung angucken, dann sind sowohl die Verstärkung mit Theat und Christensen sehr, sehr gut, aber auch die anderen, die, von denen wir es nicht unbedingt erwartet haben, auch wie ein Braun, wie ein Tutor, die sind gerade dabei, die nächsten Schritte zu machen. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, dass wir viele Gegentore kassieren. Es ist nur richtig und wichtig, dass halt immer ein Tor mehr bei uns als beim Gegner ist. Ja, und die Abwehr hat es ja trotzdem auch in diesen engen Spielen bewiesen, dass wenn mal vorne nicht so viel passiert, sie trotzdem dicht halten kann und du halt dann 1-0 gewinnst, meine Güte. Also diese Spiele gab es die Saison ja auch und wenn man, wie du es gerade getan hast, die Spiele einzeln nimmt, bei Tutor muss man absolut davon sprechen, dass ja diesen Step, den man immer von ihm erwartet hat, den hat er jetzt gemacht, für mich ist Tutor einer der Säulen auf dem Platz plötzlich. Das hätte vor der Saison vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm gehabt, dass der ja fast schon zu einem Führungsspieler mutiert ist und quasi eines Verhältnis älteren Alters ja jetzt auch ist eigentlich. Dann hast du mit Robin Koch jemanden, dem du halt auch anmerkst, dass er jetzt länger hier ist und gerade in diese Führungsrolle noch mehr reinwächst. Dann hast du mit Theatren absoluten Stil auf dem Transfermarkt getätigt, mit Christensen auch und jetzt mit Collins und Brown auch. Also alle Spiele einzeln würde ich positiv bewerten und da muss halt dann die Analyse irgendwie detaillierter stattfinden, dass man halt guckt, okay, wo sind noch Dysbalancen im Spiel und vielleicht sind die gar nicht der Abwehr geschuldet, sondern vielleicht fangen die halt woanders an oder vielleicht sind die dem geschuldet, dass die Eintracht an gewissen Sequenzen im Spiel nicht ganz da ist oder auch Abläufe noch nicht stimmen, weil das dürfen wir nicht vergessen. Wir sagen jetzt zwar von wegen, wir haben jetzt eine Top-Möller-Saison trainiert in Anführungszeichen, um jetzt so den Ertrag einzufahren, aber eigentlich sind wir trotzdem noch in der Entwicklung drin, weil wir dieses Jahr zum ersten Mal seriös oft hintereinander Viererkette spielen und da trotzdem auch noch neue Spieler und neue Elemente in diesem Spiel sind. Also von daher, lass uns das positiv betrachten und sagen, dass das ein Prozess ist. Ja, spontane Quizrunde, ohne nachzugucken. Im Vergleich zum zehnten Spieltag der letzten Saison, wie viele Tore mehr haben wir gefangen? Boah, ey. Ich hätte gesagt, sechs Tore mehr. Ich hätte sieben gesagt. Patricia? Patricia? Dann sag ich, ja toll, jetzt habt ihr sechs und sieben. Das sind, glaube ich, mehr, ehrlich gesagt. Ich sag tatsächlich acht. Ja, Basti hat recht, das sind sieben. Wir hatten letztes Jahr 15 zu neun Tore, jetzt haben wir 26 zu 16. Wir hatten auch spannenderweise, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil sich diese Saison so komplett anders anfühlt, letztes Jahr am zehnten Spieltag 17 Punkte, jetzt haben wir 20. Also auch da ist die Differenz nicht so groß. Gut, es waren halt dann zwei Unentschieden mehr und dafür zwei Niederlagen weniger, äh, zwei Siege weniger. Aber es fühlt sich halt komplett anders an, auch wenn eigentlich, wenn man so auf die nackten Zahlen guckt, der Unterschied gar nicht so gravierend ist. Aber es ist total gut, dass du es sagst. Also auf der einen Seite ist es total gut, so ein bisschen den Ball gedanklich flach zu halten, wobei wir natürlich schon einen Unterschied feststellen müssen. Ich glaube, den zweiten, den gab es erst später dann in dem Jahr. Aber ein Unterschied ist die Tatsache, dass wir uns in der Conference League letztes Jahr ultraschwer getan haben. Ja, okay, klar, das hat natürlich auch noch... Die Conference League ein Hängen und Mürgen war und wir da durchaus auch Probleme hatten in Sachen, du hast ja eben vorgelesen, wir haben ja auch weniger Tore erzielt damals. Das hing auch damit zusammen, dass wir den, dass wir den Wechsel von Kolomorani halt nicht so gut verkraftet haben und dann bei uns ein Gunko unterwegs war, der leider nicht so getroffen hatte, wie wir uns das erhofft haben. Also das war ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, nur auf die Liga gesehen, finde ich es gut, dass du es ansprichst, denn es erdet ein wenig. Ja, muss man den Ball noch flach halten. Ja, aber ich finde ehrlich gesagt es interessant, wie unterschiedlich der Vibe sich anfühlt trotzdem, dadurch, dass du ja gewisse Dinge drin hast, was die Emotionalität betrifft. So, das sind genau diese weichen Faktoren, die dann einfach genau das, was ich vorhin beschrieben habe, ausmachen. Dass du das Gefühl hast, ey, jetzt herrscht irgendwie eine Ruhe, da ist eine Emotionalität drin. Es ist gefühlt auch ein bisschen mehr Spektakel drin. Also wir haben diese Freistoßtore von Mammusch, wir haben halt einfach, irgendwie ist ein bisschen mehr Spektakel drin. Und du hast halt auch diese Saison, diese Spiele gewonnen, die du letzte Saison halt nicht gewonnen hast. Du gewinnst halt gegen Bochum. Und du gewinnst dann mal 1-0 im Europapokal. Das hast du letztes Jahr alles nicht gehabt. Und das war auch an gewissen Stellen so ein bisschen wackeliger. Also ich finde schon, dass das ein krasser Unterschied zur letzten Saison ist, auch wenn sich das noch nicht in den Punkten zeigt. Und was auch zur Wahrheit gehört, wir haben halt jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison, wir haben eigentlich die Brocken schon weg. Außer Leipzig haben wir, glaube ich, noch. Aber ansonsten hast du die Brocken aus dem Weg geräumt, hast gegen die auch nicht viele Punkte geholt. Und das ist auch vollkommen okay, ehrlich gesagt. Weil diese anderen Spiele wichtiger werden. Genau wie die jetzt kommen. Du kannst jetzt wieder ein Stuttgartenspektakel abbrennen, aber das Spiel gegen Bremen gibt dir genau so viele Punkte. Und ich habe das Gefühl, dass die Eintracht, was diese Spiele betrifft, einen großen, großen, großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ein wichtiger Punkt in der Art und Weise, wie man diese Saison bewertet, beziehungsweise wie es sich dann auch anfühlt, dass wir einfach, naja, letztes Jahr durch den sehr einfachen oder einfach geglaubten Spielplan da halt auch mit dem ganz anderen, mit der ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen sind, als wir jetzt gerade unterwegs sind, weil wir halt eben jetzt schon gegen Bayern, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart, Gladbach, also die, die wir eher so als große Brocken, wie du es so schön genannt hast, einfach schon gespielt haben, ist das eine ganz andere Thematik, als im letzten Jahr dann beim Einstieg hier gegen die vermeintlichen Absteiger dann zu spielen. Ja, ja. Gut, habt ihr noch weitere Themen oder habt ihr noch weitere Spieler, die ihr besprechen wollt? Marvin, du hattest so eingeleitet, als wenn du da noch mehr auf deiner Liste hättest, außer Ciaivi. Naja, gut, ich glaube, über andere müssen wir noch nicht sprechen, weil ich glaube, es ist für viele erst die erste Saison, die müssen erst reinkommen und da darf man nicht zu sehr den Stapel über sie brechen. Für mich wird jetzt einfach nur spannend zu sehen, sein, wie die Eintracht weiter sich entwickelt, weiter auch stabil bleibt, auch immer mit einer Rotation, die Rotation wird weitergehen. Ich glaube, was auch interessant ist, ist natürlich die viel größere Ruhe, die jetzt da ist. Wie gesagt, man kann das nicht oft genug betonen, dass wir vor der Saison eigentlich spitz auf Knopf waren und da gab es viele Kritiker, die beispielsweise gesagt haben, mal schauen, wie lang ein Dino Topmüller ruhig in Frankfurt arbeiten kann und stand jetzt sehr, sehr ruhig. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass er auch Co-Trainer bekommen hat, das mag auf viele Situationen zurückzuführen sein, aber die Sache, dass es ruhig ist, dass es relaxed ist und dass es auch Spaß macht, im Stadion zu sein und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Punkt, also wie es geht, das will ich mal von euch mal wieder wissen, wie ist es denn bei euch? Ist es denn nicht auch eine ganz andere Emotionalität als die letzte Saison, wo wir uns, ich glaube, für viele eher fast ein bisschen hingequält haben? Patricia, wie ist es für dich, wenn du jetzt im Stadion bist? Da ist doch auch gleichzeitig wieder ein ganz anderes Gefühl da, oder? Ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, die Leute sind irgendwie mehr mitgerissen, auch von der Art und Weise, wie man spielt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da, wie Basti schon gesagt hat, da ist einfach mehr Spektakel und das reißt die Leute natürlich mehr mit, als wenn du da irgendwie dich 90 Minuten durchquälst und dann, ja, irgendein Ergebnis am Ende steht, am besten noch irgendwie ein Unentschieden oder so. Das merkt man schon, finde ich. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Spielen, also was die Stimmung an sich anbelangt, finde ich. Also es kommt wahrscheinlich dann auch immer drauf an, wo man sich befindet im Stadion, aber es ist auch, ja, spielabhängig, aber ich finde, bei so diesen ganz krassen Spielen, die wir ja zum Teil hatten, also wir erinnern uns, ein 3-3 gegen die Bayern zu Hause, dieses Pokalspiel gegen Gladbach, was du in Unterzahl gewinnst, oder jetzt auch Stuttgart, also das ist, also ich finde, da hat man schon gemerkt, da sind die Leute einfach irgendwie da und, ja, es ist einfach, es ist so ein, es ist niemandem mehr so egal. Ich hatte das Gefühl, in der vergangenen Saison hat man ganz viele Leute gehabt, die gesagt haben, boah, ich weiß nicht, das war jetzt zwar schön, aber irgendwie reißt es mich nicht mit und ich kann nicht sagen, warum nicht. Und, ähm, das war so ein ganz, ganz komisches Gefühl und ich habe das Gefühl, dass das ist weg. Das ist einfach wieder so, dass die Leute Spaß dran haben, dass die Leute sich auch drauf einlassen, sich mitreißen lassen und von daher ist es ein anderes Erlebnis einfach aktuell wieder. Geil, super, finde ich. Das geht mir ganz, ganz genau so. Das ist genau das, wo ich auch denke, das ist etwas, dass ich mit einer ganz anderen Freude, Vorfreude und fast eine, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, ja, so, es ist fast eine kindliche Vorfreude, wie der Stadion geht. Das ist mir letztes Jahr, das muss ich ganz ehrlich sagen, öfter mal abhanden gekommen, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir wurschteln uns zum nächsten Unentschieden und das war jetzt ein bisschen anders, weil du auch merkst, dass die Dinge ineinander greifen und das macht einfach für dich wirklich viel Spaß. Schreibt ihr uns doch mal, liebe Leute, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr wieder mehr Bock? Seid ihr euphorisiert? Ist ja sowieso immer schwer, an Karten zu kommen. Ich meine, es gibt jetzt noch relativ viele Spiele, jetzt auch in der Europa League, das ist, glaube ich, zumindest noch ein Heimspiel oder zwei, ich weiß es gar nicht genau. Also da gibt es ja dann immer noch mal ein paar Möglichkeiten, aber generell, wie sieht es bei euch aus? Das würde mich mal interessieren. Und nee, René, sonst habe ich auch nichts mehr auf der, wie soll ich sagen, Liste, denn ich glaube, wir können auch einfach mal zufrieden sein, wenn es bei der Eintracht gerade so gut läuft und wir froh sind, dass wir so viele coole Spiele haben, über die wir gerade sehr viel Positives verlieren können und ich hoffe, dass dann der eine oder andere, der gerade halt nicht so in sein Maximum kommt, der vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommt, wie Nilsen Kunku beispielsweise, Chaiba haben wir schon gesprochen, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Matanovic, dass die da den, Sand nicht in den Kopf stecken, den Kopf in den Sand stecken, vielleicht noch eher so, ja, weil auch für die wird es bald weitergehen und auch ein Kunku wird wieder seine Chance bekommen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, genau, und der Vollständigkeit halber, ein Heimspiel haben wir in der Euroleague noch im Januar gegen Budapest. Der Rest sind dann jetzt Auswärtsspiele und da werden wir dann auch zu gegebener Zeit dann nochmal sprechen, weil da ja dann auch die Frage sein wird, wie sieht es da mit Fan-Thematiken aus, wie groß sind, sind die Möglichkeiten, da irgendwie an Karten zu kommen oder wenn man eine Karte hat, wie sicher ist der Anreiseweg und das ist da ja auch immer wieder, ja, ich glaube, das kann man, wir können jetzt alle keine Details, aber so generell kann man das, glaube ich, schon sagen oder so allgemein, dass einfach auch diese Thematik, dass man sich quasi auch fast jedes Wochenende drüber unterhalten muss, dass an irgendeiner Stelle wieder irgendwelche, ja, Repressalien gegenüber Fans gemacht werden, Anreisen verhindert werden oder halt eben auch, ja, quasi Unwägbarkeiten da sind, die es dann die Fans irgendwie dazu bringt, dann doch vielleicht irgendwie nicht im Stadion sein zu wollen oder sein zu können, ist eigentlich auch nach wie vor ein Trauerspiel und die Art und Weise, wie das auch von der Öffentlichkeit jedes Mal aufgenommen wird, ist auch irgendwie absolut wahnsinnig. Basti, ihr sprecht da ja auch bei 93 immer mal wieder drüber, es ist schon einfach sehr traurig, dass das so passiert, ohne dass es die nötigen Gegenstimmen eigentlich gibt, ne? Ja, es ist allgemein irgendwie zum Ärgernis geworden, diese ganze Thematik, das hat sich über die letzten Jahre in eine Richtung entwickelt, die man sich so nicht vorstellen konnte. Ich glaube, wenn wir so vor fünf Jahren oder so geredet haben, war das noch nicht so präsent, dass das einfach immer mal wieder auftauchen kann, Reiseverbote, dann wird hier was passieren, also so diese, ja, diese aktive Arbeit gegen Fans, die dazu führt, dass Fans Spieler nicht besuchen können, dürfen, wollen, sollen, keine Ahnung, das ist ja immer in verschiedenen Ausführungen und das ist ein Drama tatsächlich, finde ich, weil es darüber auch wirklich keine Diskussionen gibt, außer irgendwelche symbolischen Sicherheitsgipfel, die die ganze Geschichte nochmal eher in eine andere Richtung drehen, wo du das Gefühl hast, es gibt Leute, denen wird sogar zu wenig getan und du denkst dir so, also das ist ja völlig absurd, du hast irgendwie eine Situation, wo du denkst, du würdest dir gerne eine Entspannung in die andere Richtung wünschen, hast aber eine Eskalation in die andere und denkst mir so, hä, es wird weiterhin so getan in so einer wirklich erschreckend breiten Öffentlichkeit, als wenn Fußballstadien die unsichersten Orte in Deutschland und das Gegenteil ist der Fall, ich glaube, es gibt weniger sicherere Orte als Fußballstadien, das soll nicht negieren, dass Dinge passieren und dass es auch Entwicklungen gibt, die man beobachten muss und dass es auch Gewalttaten gibt und alles mögliche, kann man alles einzeln betrachten und auch bestrafen, aber ich habe das Gefühl, dass es eine Stimmung gibt, die gefährlich ist tatsächlich, weil sie halt eine Öffentlichkeit öffnet, um Dinge durchzusetzen, die völlig unverhältnismäßig sind tatsächlich und das merkst du an so sehr, sehr vielen Stellen und du hast praktisch jeden Spieltag mittlerweile von verschiedenen Stellen Meldungen, wo du sagst, okay, da hat die Polizei wieder teilweise anlasslos Leute schikaniert und die so lange kontrolliert, bis die zeitlich nicht mehr zum Spiel konnten. Das ist nicht gut, weil ich weiß nicht im Einzelfall, was passiert ist und ob das angemessen ist, aber es ist halt auch nicht so, dass das breit diskutiert wird, dass man sich da eine Meinung darüber bilden kann, wenn man sich nicht aktiv dann zum Beispiel die Berichte der jeweiligen Fanhilfen durchliest, wo sich viele, viele Sachen aus der Polizeimeldung wieder anders darstellen. Aber das war es dann auch. Und wer liest Polizeimeldungen und Fanhilfenberichte? Die wenigsten tatsächlich. Das heißt, in der breiten Öffentlichkeit verfestigt sich ein Bild, was gefährlich ist, weil dann sitzt irgendein Politiker-Johnny zu Hause und denkt, wie kann ich jetzt Stimmen sammeln und sagen, ja komm, stell mich als Hardliner da und gehe gegen die angeblich so brachialen Fußballfans und sammeln damit irgendwelche Sympathien. Das ist ja genau das, weil es geht ja hier um eine symbolische Sündenbock-Kultur. Es geht ja mittlerweile oftmals um ein Gegeneinander und nicht darum, irgendwie Lösungen zu finden für real existierende Probleme, sondern um dieses Gegeneinander zu fördern, wie Basti es ja sagt, um sich politisch zu positionieren und dann irgendwie den harten Hund zu spielen, der dann dementsprechend durchgreift, um dann in der Wählergunst gegen die unliebsamen Fans dann irgendwie ein paar Stimmen zu sammeln. Völlig absurd, dass wir sehen, das ja tatsächlich in Niedersachsen, haben wir es ja auch gesehen, wo dann ging es ja um das Derby, der Braunschweiger Eintracht gegen Hannover und die sind ja auch komplett am Durchdrehen. Da gab es ja sogar, ich glaube sogar die Wolfsburg-Fans haben da einen Banner gemacht. Also wenn dann die Wolfsburg-Fans die drei sich schon bemüßigt fühlen, einen Banner zu machen, dann weißt du, wie dramatisch die Situation da ist. Also wir haben wirklich ein größeres Missverhältnis und was ich dann ganz relevant und auch spannend finde, ist die Tatsache, dass der Follow-up von gewissen Situationen nicht vorangeht oder beziehungsweise nicht öffentlich wird. Erinnert ihr euch, wir haben über Stuttgart gerade gesprochen, das wunderbare Auswärtsspiel, aber erinnert euch an das Heimspiel. Was ist dann im Aftermath diese Sonderkommission? Was ist da passiert? Wissen wir irgendwas dazu? Nein. Diese Sonderkommission, die hat wahrscheinlich dann gesehen, oh, so eindeutig, wie wir das hier darstellen wollen, ist es nicht. Lass uns das mal versanden lieber. Ja, das hat ja auch funktioniert. Es gab ja keinerlei Nachfragen. Du hättest ja jetzt die schöne Möglichkeit gehabt am Sonntag, nachdem eben ja von der Eintracht-Seite da keine Fans im Stadion waren, dieses Thema auch da nochmal irgendwie aufzugreifen, aber es war natürlich einfacher, einfach so lapidar in einem Nebensatz des Kommentators zu sagen, naja, da gab es Vorfälle zwischen den Ultras und der Polizei und die Art und Weise, wie das gesagt wurde, hat eigentlich nur eine einzige Deutung zugelassen, nämlich die Fußballfans haben da wieder irgendwelche Scheiße gebaut. Ob es so ist, wissen wir am Ende des Tages nicht, weil es halt eben keinerlei konkreten Infos gibt, aber es fragt halt auch keiner nach. Das ist ja das Problem, dass da einfach irgendwas, also irgendein kleiner Anhaltspunkt, also es mag ja sein, es wird ja auch irgendwas vorgefallen sein, eventuell, weiß man ja nicht, wir wissen es ja nicht. Und aber dass das dann einfach in der breiten Öffentlichkeit vor einem Millionenpublikum so dargestellt wird und einfach gesagt wird, also wie gefährlich so ein kleiner Halbsatz schon sein kann, dass man sagt, na da gab es, keine Ahnung, einen Vorfall oder eine Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Gruppen. So, und das steht dann einfach in der Öffentlichkeit und das ist ja auch das, was Basti meinte, die meisten Personen hören ja dann nur das und lesen dann auch nichts anderes. Die lesen weder die Polizeiberichte noch lesen die bei der Fanhilfe nach. Es wird sich keiner die Mühe machen, da weiter tiefer rein zu gehen, zumindest nicht die breite Masse. Und was in der breiten Masse dann hängen bleibt, ist, ja, das war ja mal wieder gefährlich da. Ja, da haben sie mal wieder die gefährlichen Leute rausgezogen und ja, selbst schuld, die dummen Fußballfans mal wieder. und das zeichnet in der Gesellschaft so ein Bild von Fußballspielen, das ist ja komplett gestört, was man irgendwie von Leuten hört, die jetzt nicht im Fußballgame drin sind, sondern das vielleicht nur so am Rande verfolgen. Das kannst du den Leuten nicht mal vorwerfen. Aber das ist ja das Schlimme, dass du dann, dass du wirklich dann irgendwie Aufklärungsarbeit leisten musst und sagen musst, hey, du musst dir gar keine Sorgen machen, ich hab keine Angst, ins Stadion zu gehen, zumindest nicht aus den Gründen, die gezeichnet werden. Ja, das ist aber das Ding, du kannst den Leuten, die so denken mittlerweile, das gar nicht mehr vorwerfen. Also, die werden halt mit diesen Informationen auch irgendwie vollgeschissen die ganze Zeit und haben dann das Gefühl, das geht schon. Und dann gibt's solche Dinge, dass, glaube ich, in Hotels angerufen wird und die quasi gebeten werden oder ich glaube sogar ein Hotelverband wurde dazu angehalten, dass wenn Schalke-Fans sich in gewisse Hotels einmieten, dass die Bescheid sagen sollen. Und da kommen wir hier in Bereiche, die sind langsam wirklich grenzwertig. Eigentlich sind die nicht mehr grenzwertig, sondern die sind über der Grenze. Dass du das Gefühl hast, ja okay, du bist jetzt irgendwie in ein Hotel in XY und du wirst dann quasi gezwungen oder zumindest freundlich gebeten, Meldung zu machen, wenn Gäste aus gewissen Regionen ein Hotelzimmer bei dir mieten. Da frage ich mich schon, ob es da nicht irgendwie mal öffentliche Gegenstimmen geben sollte gegen solche Maßnahmen. Weil ich kann so weitermachen. Es kam jetzt bei der EM raus, dass diese Ticket-App dazu genutzt wurde, irgendwie Bewegungsdaten von Fußballfans irgendwie auszulesen, was auch gar nicht erlaubt ist, ehrlich gesagt. Aber da hat die UEFA dann scheinbar auch ihren eigenen Staat und die Polizei findet es auch geil zu sehen, wo viele Menschen lassen sich gerade aufhalten. Ehrlich gesagt werden da sehr merkwürdige Fantasien von sicherheitsliebenden funktionären Akteuren bedient, die gruselig sind tatsächlich, weil man sich an gewisse Dinge einfach schon gewöhnt hat. Diese Geschichte mit Reisefreiheit in Europa, Einschränkung, ist mittlerweile einfach normal geworden. Obwohl die nicht erlaubt ist. Aber es gibt keinen Aufstand. Genau, und das denken wir ja schon mit. Also, Basti, überleg mal, wenn wir jetzt überlegen, wir könnten jetzt da und da hinfahren oder so. Ich meine, das gehört jetzt mit dazu, dass wir überhaupt überlegen, naja, kommen wir überhaupt nach Belgien? Ist da, wenn ich eh wieder generelles Verbot für Fans von anderen Gruppen? Es ist ja total häufig, ne? Ich meine, wie oft da Repression schon am Start war, auch bei Lyon muss man mittlerweile darüber nachdenken. Deswegen haben wir ja gedacht, okay, vielleicht wäre es schön, wenn wir irgendwie viele osteuropäische Lose hätten, weil dann hätten wir in der Regel eher wenige Probleme, ja? Da gibt es dann halt andere Probleme, dummerweise. Aber das ist halt mittlerweile echt, gehört schon dazu und das kann eigentlich nicht sein, weil eigentlich hat sich die EU als Verbund halt genau das, diese Reisefreiheit, als eine der wichtigsten Güter ganz festgeschrieben. und dass das so regelhaft außer Kraft gesetzt wird für nicht in der Regel marodierende Fans. Es passiert immer mal wieder was, aber das war weit nicht der Regelfall, weil die ganzen Spiele unter der Woche in den allermeisten Fällen es zieht halt anders aus und viele Fans wollen halt einfach, die sehen das als was Besonderes an. Ich brauche, glaube ich, niemandem hier zu erzählen, welchen Special Appeal so halt einer, ja, beziehungsweise eine Auswärtsfahrt hat internationalerweise. Schon bitter. Ja, vor allem dann kurz vor knapp immer, ne? Also es wird dann auch immer kurz vor knapp entschieden und dann kannst du nichts mehr machen und dann ist halt Fan-Ausschluss und dann wird dir aber im Nachhinein recht gegeben und im Nachhinein heißt es, ja, das hätte eigentlich so nicht sein dürfen, aber naja, was bringt es dir? Also was bringt es dir als betroffenem Fan dann im Nachhinein? Das ist halt einfach enorm ärgerlich und das ist ja noch das wenig Schlimmste, dass es ärgerlich ist. Also es ist wirklich ein großes, großes Problem und dass es einfach so, ja, in diversen Ländern auch passiert. Also ich denke auch an das Auswärtsspiel in Rom. Italien hat das ja jetzt auch schon ab und zu mal gemacht, dass da eventuell Fans mal nicht hin durften oder Aufenthaltsverbote bekommen haben oder sonst was und dann halt immer so schön zwei, drei, vier, fünf Tage vorher, aber so, dass es dir halt die komplette Reise versaut. Und es ist halt auch das, was noch mit am meisten, also zumindest für mich da der Abfuck in der ganzen Thematik ist, ist, dass diese ganzen, ja, okay, er bekommt irgendwie recht, halt komplett Konsequenzen los sind. Ja, du hast als x-mal die Info dann im Nachhinein bekommen, nee, das war nicht richtig, das hättet ihr nicht machen dürfen und es hält halt trotzdem keinen davon ab und wir reden hier halt nicht irgendwie von, weiß ich nicht, dem, dem dreiköpfigen Hasenzüchterverein hinter Tupfingen, sondern wir reden hier von, von Sportgerichtsbarkeiten, aber auch eben von, von Staatsämtern, Staatsorganen, dann trotzdem halt einfach wieder kurz vor knapp und da können wir jetzt schon alle davon ausgehen und du kannst halt einfach nichts machen, weil, ne, noch gibt's ja keine, keine Grundlage dafür, aber allein schon, dass wir uns jetzt schon wieder alle sicher sind, dass es da in Rom das gleiche Spiel sein wird, dass man da wieder drei Tage vorher sagen wird, nee, das ist nicht und dann kannst du wieder nichts dagegen machen und das ist halt einfach dieses Traurige daran, dass auch wenn diese Entscheidungen im Nachhinein revidiert werden, einfach offizielle Organe immer wieder weiterhin das machen können, das ohne Konsequenz bleibt. Ja, das ist irgendwie auch nicht aufzuhalten tatsächlich, weil du das Gefühl hast, es findet auch kein öffentlicher Diskurs statt, sondern er geht nur in eine Richtung und die Dinge, die dann irgendwie differenziert betrachtet werden, vielleicht ein, zwei, drei Wochen später interessieren auch keinen mehr. Ne, ihr habt ja gerade eben richtig angeführt, Stuttgart vor einem, von, vor einem Jahr, das Heimspiel Eintracht gegen Stuttgart war halt ein Riesenaufschrei, da hast du irgendwie vier Tage danach nichts anderes gehört, es passiert halt einfach nichts. Es gibt keine Öffentlichkeit, es gibt keinen, der sich dafür in irgendeiner Art und Weise interessiert. Als das jetzt passiert ist, habe ich nur von Axel, Köln-Fan seines Zeichens, eine Mail bekommen und hat er mir einfach nur geschrieben, ach ja, die Stuttgarter Polizei mal wieder, weil das exakt gleiche den Kölnern auch passiert ist. Und hatten die nicht mit Gladbach auch irgendwie so eine Nummer? In meinem Kopf war da auch irgendwas. Es ist im Endeffekt eine Häufung da, dass sich das gar nicht, das ist, das Problem ist, diese Dinger verlieren halt auch ihren exklusiven Nachrichtenwert, weil es ständig passiert und dann entsteht erst recht kein Aufschrei. So, die Leute inklusive uns haben sich jetzt schon dran gewöhnt. Einfach, ja gut, da wird wieder ein Bus schikaniert oder im Endeffekt ist vielleicht sogar was passiert. Dann finden die zwei Tatverdächtige, die gegen ein Auto getreten haben sollen und geben dann aber dem ganzen Bus ein Platzverbot, weil sie es können. Dann fährt der zurück, dann solidarisieren sich viele, was ich ehrlich gesagt gut finde, das kann man diskutieren, aber ich finde es gut. Ja, und dann hast du halt ein Spiel ohne aktive Fanszene, weil die Polizei ihre Mittel, die sie zur Verfügung hat, völlig übertrieben nutzt und man das Gefühl bekommt, das auch taktisch nutzt. Ja, klar. Einfach zu sagen, okay, das Ziel bei den kleinsten Abweichungen ist, dass sie das Spiel nicht besuchen und dass wir das einfach alles unter Prävention abhaken und ja, wir wissen eh, da wird es keinen großartigen Aufschrei geben und sonst irgendwas. Also von daher scheint das gängige Praxis zu sein auch und das passiert. Es ist passiert dokumentiert, dass es Fankontrollen gibt, die halt so langsam vonstatten gehen, dass halt einkalkuliert wird, okay, die werden den Anpfiff nicht erleben, aber es ist halt eine Personenkontrolle, das dauert halt ein bisschen. Dann werden Fans irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen ohne Trinken, ohne Toiletten und irgendwie mal ein paar Stunden dann da eingefärscht und dann musst du dir schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit wirklich einfach stellen, weil das muss sich immer jemand stellen, diese Frage. Was verhindere ich damit und was sind die Auswirkungen davon? Und diese Frage wird nicht mehr so oft positiv beantwortet, sondern das, ja, wie Marvin es vorhin auch gesagt hat, das erreicht politische Dimensionen, wo es Akteure gibt, die halt einfach auch Bock haben, sich dann da irgendwie zu profilieren. Die dafür aber halt auch ein Publikum finden, was mindestens halt genauso traurig ist, nicht nur, dass man sich da drüber irgendwie profilieren kann, sondern dass es dafür auch eine breite Masse gefühlt gibt, die sowas honoriert. Mal abwarten, wie lange das noch so geht. Aber ja, Stand jetzt, ja, aber ja, auch da dreht sich immer wieder der Wind. Also würde ich jetzt gar nicht, also mal gucken, Stand jetzt ist es so, da habt ihr vollkommen recht, aber mal gucken, wie lange das noch geht. Und ehrlich gesagt, muss auch die DFL perspektivisch überlegen, ob das so förderlich für ihr Produkt ist, dass das, weil im Endeffekt ist es ja so, dass nicht überall, ich will mal so sagen, aufgrund der Tatsache, dass ja wir auch relativ viele Vereine haben, die jetzt per se jetzt keine große Fanszene mitbringen in der ersten Liga. Da merkst du ja durchaus einen Stimmungsunterschied, um es mal neutral zu formulieren. Und wenn du dann, gerade bei Fanszenen, die durchaus stimmgewaltig sind, dann auch immer wieder so Einschnitte vornimmst, wir wissen ja auch, wie lange das alles war oder ja, diese dauerhaften Zwistigkeiten bezüglich Choreos und so, bei uns wissen wir ja auch. Und wenn das so weitergeht, dann leidet auch mittelbar die Attraktivität des Produkts darunter. und die DFL wird bald sowieso ein Problem haben, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass auch wieder politisch entschieden wurde, dass weniger Geld in Fußball, beziehungsweise nicht direkt, das wird ja doch eigentlich mehr oder weniger schon in Sportrechte gesteckt werden soll von dem Öffentlich-Rechtlichen, was ja durchaus auch diskutabel ist, der Reformstaatsvertrag. Ja, und da ist es so, da wird weniger Geld in Fußball reingesteckt und im Endeffekt heißt das auch, weniger Geld, was ausgeschüttet werden kann, auch mit dem Fußball oder für den Fußball, zumindest wird sich ARD und ZDF bald nicht mehr in dieser Größe an potenziellen Paketen bedienen können oder auch gar nicht mehr mitbieten können. Und warum sollte dann jemand anderes so viel mitbieten, wenn beispielsweise insgesamt der Wert dann dadurch ein bisschen geringer ist, wenn es nicht so viele Mitbietende gibt. Und dann kommt noch DAZN dazu, die auch finanzielle Probleme haben, wo ich auch gespannt bin. Und wenn ich dann auf ein mittelattraktives Produkt blicke, dann weiß ich nicht, ob ich da noch so viel Geld reinbuttern sollte. Also auch das ist jetzt ein Fast-Retge, aber auch all das hängt immer wieder mit allem zusammen. Da bin ich sehr gespannt, wie das so weitergeht. Aber jetzt wäre es wirklich an der Zeit öfter, dieses Thema hier anzusprechen. Deswegen finde ich es total gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, denn diese dauerhaften Repressionen, was Basti da erzählt hatte, das war mir gar nicht gewahr, dass es wirklich auch so war, dass jetzt bei der Europameisterschaft tatsächlich diese Daten ausgelesen wurden, was natürlich ein kompletter Verstoß gegen alles ist, was wir eigentlich in der EU in Sachen Datenschutzrecht etabliert haben. Aber so sieht es halt aus. Eigene Gesellschaft. Das ist ja im Endeffekt die nächste Diskussion, die du aufmachen kannst. Das sagst du schon richtig. Also in dem Moment, wo du aktiv gegen aktive Fans hin vorgehst und das am liebsten nicht mehr in den Stadion hättest, was ja zumindest einige Akteure zumindest als Eindruck erwecken lassen, dann kriegst du wirklich ein Problem, weil du hast eh schon eins, ehrlich gesagt. Also die Bundesliga hat ein Problem. Ich weiß auch, dass wir auch keiner mehr hören und die Bundesliga als allerletztes. Aber wenn ich den Bundesligaspieltag, der jetzt gespielt wurde, durchgehe, dann habe ich hier Heidenheim gegen Wolfsburg, Augsburg gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Mönchengladbach und du hast halt solche Spiele, wo du sagst, ey Digga, dann gehen die auch noch 0-0 aus. Ich glaube, Dazone hat fast gar keine Tore am Wochenende gehabt, außer natürlich beim Eintrachtsspiel. Und du hast halt einfach eine Bundesliga, die nicht mehr attraktiv ist. Wenn die jetzt auch noch ihren Sellingpoint, bunte Fankultur immer mehr verliert, dann weiß ich wirklich nicht, wer überhaupt noch Geld für diese Bundesliga zahlen soll. Also ich wüsste nicht tatsächlich, warum diese Bundesliga, die an jedem Spieltag irgendwie vier, fünf unattraktive Spieler hat und du keine Konferenzen mehr gucken kannst, noch Rekorderlöse erzielen will. Aber auch damit will sich keiner beschäftigen. Das sind ja dann Diskussionen über die 50 plus 1 Regel und was weiß ich was. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass man da irgendwann anfangen muss, weil die Diskussionen haben nie stattgefunden. Und jetzt hast du den Salat. Es gibt gewisse Entwicklungen, die auch der Bundesliga dann irgendwann schaden. Das merkt sich vielleicht noch gar nicht. Ich glaube aber schon, dass zumindest die Sendeanstalten, also hier Sky, Datzen, gut, Öffentlich-Rechtliche dann jetzt vielleicht nicht mehr, diese Diskussionen oder sich diese Gedanken schon machen, weil ich glaube, ohne jetzt das mit irgendwelchen Zahlen belegen zu können, die Bundesliga oder Fußball war in vielen Fällen nie ein rentables Geschäft, sondern war immer für die eher so dieses Prestige-Objekt, um irgendwie ihre anderen Produkte irgendwie mitzuverkaufen und dann in dieser Mischkalkulation irgendwie Geld zu machen. Aber wenn du halt einfach auch diesen Reizfaktor nicht mehr hast, weil du dann halt eben die Wahl hast zwischen, gebe ich mein Geld jetzt irgendwie aus, um mir am Wochenende Augsburg, was war es, Heidenheim oder was anzugucken oder gebe ich das Geld lieber aus, um, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Dinge zu machen. Ich glaube schon, dieses Thema kippt und das kommt bei den ganzen Senderhäusern schon auch irgendwie an, dass das ein schwieriges Verhältnis irgendwie wird. Und dann lohnt es sich wahrscheinlich eher in Premier League zu investieren als in die Bundesliga. Aber ist nur meine Einschätzung für das Ganze. Gut. Dann haben wir auch dieses Thema noch behandelt und Marvin hat es gerade eben gesagt, es ist wichtig, dass man da auch immer mal wieder ein Augenmerk drauflegt und dieses Thema immer mal wieder so ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt. Das werden wir hier sicherlich tun, aber das werden auch andere Stellen tun und ich glaube, das ist dann auch unsere Verantwortung hier als Fußballpodcast da, diese Themen auch immer wieder anzusprechen. Und bevor wir jetzt hier den Sackmuch zumachen und weil es gerade eben auch so schön thematisch passt, es gab mal wieder den Wunsch nach Empfehlungen, deswegen hau ich jetzt hier auch mal wieder den Jingle raus, den wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatten. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Den hatten wir jetzt auch schon ewig lange nicht mehr. Der liebe Tim sei gegrüßt an dieser Stelle, der hat den Wunsch geäußert nach Empfehlungen, den hat er bei der Alex adressiert, als er sie im Stadion getroffen hat und den hat er auch bei mir per E-Mail adressiert und als guter Hörer hat der Tim nicht nur geschrieben, er würde gerne mal wieder Empfehlungen hören, sondern er hat auch gleichzeitig eine Empfehlung mitgeschickt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist so dieser Modus, wie das funktioniert. Wenn ihr hier gerne einfach Themen haben wollt, die wir besprechen, dann beteiligt euch doch vielleicht auch da ein bisschen dran und zwar hat er uns und deswegen sagte ich gerade eben, es passt thematisch, eine Empfehlung geschickt über einen Film oder zu einem Film über die Fankurve von Bergamo, die wir ja hier auch auf der einen oder anderen Stelle schon adressiert haben und wo wir ja auch als Eintracht eine gewisse Verbundenheit haben, wo es eben auch darum geht, einmal die harten Zeiten dieser Fankurve, aber auch eben dann, ja, wie es dann dazu gekommen ist, dass die aktive Fanszene und die Stadt immer mehr aneinander gewachsen ist und Dinge zusammen gemacht haben, aber eben auch von Repressionen, die dann unter anderem dazu geführt haben, dass da der ein oder andere ausgestiegen ist. Diesen Film gibt es noch nicht auf der Konserve, sondern ihr müsst dazu tatsächlich in Kinos gehen und es gibt ein paar Kinos, in denen dieser Film jetzt noch läuft, und da sollen noch mehr Termine folgen. Ich hänge euch sowohl eine Beschreibung zu dem Film als auch eine Liste der verschiedenen Termine und Kinos mit in die Shownotes und dann könnt ihr da mal reinschauen und vielleicht ist was dabei und dann könnt ihr, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, euch den Film anzugucken und dann würde mich tatsächlich sehr interessieren, wenn ihr euch den Film denn angeguckt habt, was da euer Feedback dazu ist, ich habe jetzt leider noch kein Kino gefunden, was in unmittelbarer Nähe ist, von daher werde ich jetzt aktuell nicht in den Genuss kommen, aber wenn einer von euch ihn geschaut hat, dann lasst uns doch gerne mal wissen, wie ihr ihn fandet. Und dann jetzt als letzte Frage in die Runde, habt ihr eine spontane Empfehlung, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern hier noch mitgeben wollt? Spontane Empfehlung für all diejenigen, die irgendwann mal mit Wrestling was zu tun hatten, entweder noch immer oder mal früher, oder alle, die nichts damit zu tun hatten, aber vielleicht mal reingucken wollten und mal ein bisschen ins Düstere reingucken wollten, kann ich euch die Mr. McMahon-Doku bei Netflix empfehlen. Die war schon ganz gut und die Wahrheit ist sogar, also wenn man alles dokumentieren würde, wie es wirklich war, ist sogar noch viel schlimmer. Aber auf jeden Fall reicht es auch schon für den Start, schaut euch die gerne mal an, guckt sich schnell weg. Okay. Ja, kann ich bestätigen. Klingt gut. Schaue ich dann doch vielleicht auch mal rein. Werde ich auch verlinken und ja, dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Habt ihr noch weitere Empfehlungen spontan, so außer Hüfte geschossen? Ganz spontan, glaube ich, am 15.11. kommt, glaube ich, in die ZDF-Mediathek eine Dokumentation über Max Koga hier lokaler MMA-Fighter aus Frankfurt, der, glaube ich, schon ein sehr spannendes Leben führt. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal Fußball zu tausend in der Peak Dame drehen dürfen. Ist auf jeden Fall ein guter Typ, der an vielen verschiedenen Fronten sich engagiert und ja, die Dokumentation kommt am 15.11. raus. Da war jetzt gestern hier im Kino die Premiere und am 15.11. kann man die schauen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Also ist das jetzt eine Blindempfehlung, aber ich glaube, die ist sehr, sehr interessant. Okay, klingt auch super interessant. Ich gucke mal, dass ich euch da auch einen Link in die Mediathek packe, falls es den schon gibt. Ansonsten reichen wir die nach. Gut, dann haben wir es doch auch für diese Woche geschafft. Noch mal Entschuldigung an die Hörerschaft, dass das in der letzten Woche so ein bisschen schwierig war, aber zwischen Terminen und irgendwie krankheitsbedingtem Ausfall war das alles ein bisschen schwierig und ohne euch jetzt irgendwie zu sehr stressen zu wollen, kann ich euch jetzt schon den Ausblick geben, dass das auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal vorkommen wird, weil zumindest mein Kalender wahnsinnig voll ist und ich glaube hier so in der Runde ist das auch nicht ähnlich. Von daher bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, wir versuchen so oft es geht in den nächsten Wochen über die Eintracht zu reden, weil es auch gerade unwahrscheinlich viel Spaß macht. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Länderspielpause. Ein paar Empfehlungen haben wir euch noch mitgegeben, falls ihr jetzt keine Länderspiele schauen wollt und ansonsten melden wir uns in den nächsten Wochen in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Ey! Ey! Es kann immer von von! Ey! 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 Es kann immer von! Hey, hey, es kann man von Hey, hey, es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, 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 es kann man von